Will da oben rein, mal sehen wie es macht Und dann habe ich Michi getroffen, wir hatten einen Abend in so einem Club, wo er auch aufgelegt hat Und er hat erzählt, sie wollen ein Label machen Wir schaffen viele Labels eine ganze Musikrichtung zu beeinflussen Und das war bei 4Music der Fall Und wir haben auf jeden Fall viel bewegt Yo, Joris, was geht ab? Yo, Alpha, was geht ab? Hast du Bock? Ja, klar Komm, die Noten jetzt nicht mehr an Joe Mach doch locker Denn dieser Sound hat uns am Hocker Sowas habt ihr die gesehen, sowas machen wir Das ist das was ich mein Das ist der Schreis ist mein Legender, Populär Musik 4Music hat auf jeden Fall einen großen Teil in meiner Karriere ausgemacht und hat auch meine oder mein Dasein als Künstlerin verändert. Ich muss sagen, dass man hier merkt, dass die Menschen auch Menschen sind. Also ich komme mir nicht vor wie bei Mutti auf Arbeit, wenn ich zu 4Music gehe, sondern irgendwie ist schon ein Stückchen zu Hause. Danke 4Music. Ich bin seit zehn Jahren bei 4Music. Ich muss sagen, Thomas, du hast das Label gegründet. Auch wenn es längst Zeit wird zu gehen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So, neue Tining hier bei diesem wunderschönen Label 4Music. Ihr wisst Bescheid. 4Music. Wir haben doch längst vergessen, wie das ist, das kleine grüne Gold in deiner Hand. Grüne Saft Endlich wird wieder geraucht Komm schon mal, sie gibt einen aus Grüne Rauch zieht übers Land Bauch sagt zu Kopf ja Doch Kopf sagt zu Bauch nein Zwischen den Beinen steh ich Zwischen den Beinen steh ich Bauch sagt zu Kopf ja Doch Kopf sagt nein Da schüttelt er sich Zwischen den Beinen steh ich Zwischen den Beinen steh ich Und weiß nicht Ich weiß nicht Ich bleib nicht Ich bin der Beinen steh ich 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 Ich bin der Beinen steh ich